Hallo Leute, hier ist wieder ClashGames HD und ja, ich darf euch heute zu einem weiteren Infovideo willkommen heißen und zwar bin ich jetzt wieder in einem neuen Clan und ja, YouTube-Camp hat sich jetzt aufgelöst, das lag jetzt nicht daran, dass Niklas Moritz und ich uns gestritten haben, nein, das lag daran, dass es einfach zu umständlich war, dass wir immer alles absprechen mussten und dass jeder immer irgendwas, wenn jemand etwas entscheiden wollte, musste er immer die anderen fragen, das war sehr umständlich und deswegen haben jetzt beschlossen, dass jeder jetzt wieder einen Clan für sich macht, beziehungsweise dass jetzt Moritz hat jetzt einen Clan gemacht, da hat er auch schon ein Infovideo drüber gemacht, Niklas hat auch schon ein Infovideo über unseren Clan gemacht, also ich bin mit Niklas wieder in einem Clan und zwar ist unser Clan ab, so, unser Clan ist ab Bogenlevel 6 und 1700 Pokalen, die meisten werden sich jetzt denken, ja, warum haben die das denn jetzt so gemacht, ich kann da jetzt gar nicht mehr rein, ich war denen ja immer treu, aber habe Bogenlevel 5 nur, oder Bogenlevel 4 und das haben wir jetzt auch geändert, wir haben jetzt nämlich einen Zweitklang gegründet, der heißt die YouTube Jungs 2, das wird nur so geschrieben, die und dann direkt da dran, JT, dann Leerzeichen, Jungs, Leerzeichen 2, das Ganze steht nochmal in der Videobeschreibung, aber ich kann das jetzt hier leider nicht aufschreiben, weil das Programm, mit dem ich jetzt hier, ähm, also jetzt aufnehme, da kann man das leider nicht einstellen, also da kann man jetzt nicht das J schreiben und deswegen, also alle Infos stehen nochmal in der Videobeschreibung, guckt mal rein und ja, also nochmal wichtig, wir haben uns nicht gestritten oder sowas, denn, äh, wir sind einfach jetzt so, haben jetzt überlegt, dass wir es wieder alleine machen, in unserem Clan ist Niklas jetzt der, der eigentlich am höchsten bestimmt und danach komme direkt ich, also wir besprechen eigentlich auch fast, oder im Moment, ähm, besprechen wir noch alles, aber, ähm, das macht Niklas im Moment nur, weil wir ja uns so gut kennen und wir beide eigentlich im Moment recht oft online sind, da wir jetzt auch gerade Ferien haben, also ich weiß jetzt nicht, ob Niklas Ferien hat, aber ich habe Ferien und deswegen sind auch meine Gold- und Elexierlager gerade so etwas, ups, äh, ich will da ranzoomen, so, etwas überfüllt und meine Sammler laufen auch gerade schon voll, ähm, und ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Infovideo, wenn, ihr, ihr könnt uns gerne beitreten, den Info, äh, alles, also ihr könnt, das, hä, man, ich kriege keine Wörter mal raus, ihr wisst ja jetzt Bescheid, was ihr dafür braucht und im Zweitclan, also, da müsst ihr euch nicht wundern, ähm, wir kommen da auch jeden zweiten Tag mindestens vorbei und besuchen euch einmal und da könnt ihr auch mit uns schreiben, also mit Niklas und mir und, ja, ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen, dann sehen wir uns im nächsten Video, haut rein, ciao!